So, hallo zusammen, schön euch wieder zu sehen. Einige Stunden, nachdem wir uns an selben Ort und Stelle gesehen haben, nach dem Europa-League-Spiel. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz, nun unserem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg. Hallo an die Pressevertreter hier im PK-Raum im Deutsche Bankpark, begrüße unseren Cheftrainer Oliver Glasner und natürlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer der Eintracht-Medien. Ja, Oliver, dann legen wir los. Wie sieht denn die personelle Lage aus vor dem Spiel am Sonntag? Ja, wir haben zwei kleinere, mittelgroße Fragezeichen. Das ist Chris Lenz immer noch und Martin von gestern. Auch hier kann ich noch nichts Neues berichten. Ja, die Schulter ist in Mitleidenschaft gezogen, hat Schmerzen, aber es ist auch durchaus möglich, dass er einsatzfähig ist für Sonntag. Werden wir morgen dann im Abschlusstraining schauen, wie es bei den beiden geht. Alle anderen Spieler sind soweit okay. Natürlich noch müde heute, aber außer den üblichen kleineren Blessuren rechne ich, dass jeder Spieler einsatzfähig ist am Sonntag. Was nimmst du aus dem gestrigen Spiel gegen Fenerbahce mit für Wolfsburg? Ja, ich habe das gestern mir nach dem Spiel, oder eigentlich heute, war ja schon nach Mitternacht, gesagt, dass wir natürlich auch wieder mitnehmen, dass wir uns von Rückschlägen nicht draus bringen lassen. War ja gestern so ein schlechter Beginn mit dem Rückstand, mit dem schnellen Rückstand. Und trotzdem haben die Spieler sich dann reingekämpft, haben dann auch nach vorne gespielt und haben, ich habe das gestern gesagt, es ist eine Wiederholung, es läuft noch nicht alles rund. Und trotzdem läuft vieles auch schon gut, aber noch nicht perfekt. Und wenn wir halt auch Spiele gewinnen wollen, und natürlich wollen wir das, und gerade jetzt auch in Wolfsburg, die ja de facto mit einer unveränderten Mannschaft aus dem letzten Jahr agieren, die eingespielt ist, die sich dann auch nochmal, ich glaube, habe ich nur gelesen, um 50 Millionen verstärkt hat oder eingekauft hat, dann müssen wir schon noch an eine vielleicht fast perfekte Leistung kommen. Wir müssen unsere Fehler oder wollen und sollen unsere Fehler minimieren, unsere Unforced Errors, haben einfach zu viele einfache Ballverluste, wo wir dann immer wieder, und das machen die Jungs dann, das meine ich mit ihrer tollen Einstellung, dass sie dann auch das immer wieder wettmachen, aber natürlich ist das mit sehr, sehr viel Kraftaufwand verbunden. Dann eben auch werden wir gegen diese kompakte Defensive, ja, werden wir nicht fünf- oder sechsmal alleine vor Kun Kastels stehen. Aber ich denke, zwei-, dreimal wird es möglich sein und dann müssen wir halt diese Situationen gut ausspielen und auch effektiv sein. So wie hier, wo ich noch selber leidtragender war, wo die Eintracht, wo am Ende ein Torschussverhältnis von 20 zu 8 für VfL Wolfsburg stand, aber 4 zu 3 auf der Anzeigentafel. Also diese Effektivität, auch vorne, die werden wir benötigen. Und ja, natürlich haben wir jetzt wenig Zeit, wir haben, steht natürlich die Regeneration im Vordergrund, aber ich denke, dass ich vor allem mit dem Trainerteam den VfL Wolfsburg relativ gut kenne, dass wir ihre Spielanlage relativ gut kennen. Sie haben ja eigentlich sehr, sehr viel beibehalten, auch aus der letzten Saison. Und deswegen sind wir zumindest mal gut vorbereitet. Und jetzt liegt es an uns, dann wieder eine etwas bessere Leistung abzurufen, wie es jetzt gestern war, um eben dann was Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Eure Fragen bitte. Peppe Schmidt vom Wiesbadener Kurier. Lassen wir nochmal nachgefragt zu dem Martin Hinteregger. Ich gehe davon aus, dass dann also auch nichts Strukturelles irgendwie kaputt ist, wenn Sie sagen, es wäre sogar möglich, dass er spielen kann. Ja, Martin ist einer, der dann auf die Zähne beißt und sich jetzt von der Schulterbläsur nicht beirren lässt. Also da muss das Bein schon irgendwo schief wegstehen, dass er mal nicht spielt. Also da ist er ja ein Vorzeigeprofi, wo er wirklich so auch dann die Schmerzen mal runterschluckt. Und ja, wenn es irgendwie möglich ist und er das von den Schmerzen her bewältigen kann, dann wird er spielen. Und wenn es halt so schlimm, die Schmerzen sind, dass es nicht möglich ist, dann wird er halt ein Spiel pausieren müssen. Roland Palmert von der BILD. Wie ist die Rückkehr emotional für Sie nach Wolfsburg, auch mit Schmadtke, wo man immer nur lesen konnte? Es gab kein gutes Verhältnis mehr am Ende. Ja, natürlich, für mich persönlich ist es schon ein besonderes Spiel. Er war zwei Jahre dort, war ein sehr, sehr intensive, aber am Ende des Tages sehr, sehr erfolgreiche Jahre, die halt dann gekrönt wurden mit dem Einzug in die Champions League. Und deswegen ist es für mich auch ein besonderes Spiel. Ich habe schon gesagt, dass ich immer noch zu vielen Spielern Kontakt habe, zu Marcel Schäfer immer wieder Kontakt habe, natürlich auch zu dem einen oder anderen aus dem Trainerteam noch, oder Betreuerteam noch Kontakt habe, obwohl natürlich der diese Woche ruht, ist auch ganz klar beidseitig. Und deswegen freue ich mich auf die Rückkehr, weil es eben zwei erfolgreiche Jahre waren, eben vor allem die zweite Saison sehr, sehr erfolgreich waren, haben in dieser Zeit, habe auch selber sehr, sehr viel mitgenommen, sehr, sehr viel auch gelernt über die deutsche Bundesliga, über den deutschen Fußball, ja, auch über deutsche Mentalität. Also habe hier, konnte viel mitnehmen, auch für mich persönlich, und habe das schon gesagt bei meiner Antrittspressekonferenz, und das wiederhole ich jetzt gerne nochmal, ich bin Jörg Schmadtke und dem VfL Wolfsburg sehr, sehr dankbar, weil sie mir die Chance gegeben haben, in der deutschen Bundesliga Fuß zu fassen, sonst würde ich heute nicht hier sitzen als Trainer von Eintracht Frankfurt. Und ja, deswegen freue ich mich auf das Spiel und ist für mich persönlich sichtlich ein besonderes Spiel. Aber entschieden wird es nicht von mir, nicht von Jörg Schmadtke, nicht von Marc van Bommel, sondern von den Spielern am Platz. Christopher Michtel von Sport1. Ja, Klasse, guten Tag. Diese Siklos-Serie, wie gehen Sie denn eigentlich damit persönlich einfach mal um? Wie geht man damit um, dass man denn ankommt? Man ist ja hochmotiviert und dann klappt einfach, es scheitert irgendwie immer wieder an diesen kleinen Nuancen am Ende. Wie gehen Sie damit um? Bereitetes Kopfschmerzen? Oder sind Sie da noch recht relaxed? Nein, ich weiß ja, wie es ist jetzt einmal, kann man ja immer so drehen. Natürlich war der Einstieg mit den beiden Niederlagen sehr, sehr schlecht und jetzt haben wir halt vier Siklos oder vier unbesiegte Spiele. Wir haben in den letzten vier Spielen das Glas halb voll und halb leer und ich trinke halt lieber aus einem halb vollen Glas, weil man dann nicht Angst hat, dass schon bald alles weg ist. Wir haben in den letzten vier Spielen nur drei Gegentreffer bekommen. Wir werden meiner Meinung nach immer stabiler in unseren defensiven Abläufen, was ein großer Schwerpunkt war. Also von dem her macht es mir noch keine Kopfschmerzen, keine schlaflosen Nächte. Also jetzt nicht die Siklos-Serie, das wäre eher so, natürlich gestern auch nochmal dieser Adrenalinschub am Ende, den wir uns alle hätten ersparen können natürlich. Und deswegen war die Nacht kurz. Aber alles andere, ich hätte schlaflose Nächte oder Kopfweh, wenn ich sehe, dass die Spieler nicht mitziehen. Ich hätte Kopfweh, wenn ich merken würde, die Spieler ziehen nicht alle an einem Strang. Ich hätte Kopfweh, wenn ich kein Vertrauen in die Qualitäten der Spieler hätte. Aber all das habe ich zu 100 Prozent und deswegen geht es mir nach mir vor sehr, sehr gut. Benjamin Heinrich von den Fußball News. Hallo Herr Glasner, Sie haben gerade schon angesprochen, dass es in Wolfsburg wahrscheinlich ein nahezu perfektes Spiel der Eintracht braucht, um was mitzunehmen. Was hat sich denn unter Marc van Bommel verändert? Der VfL ist ja jetzt Tabellenführer. Hat er quasi auf Ihrer Arbeit gut aufbauen können oder gibt es da doch klare Unterschiede für Sie? Das muss man ihn fragen, worauf er aufgebaut hat. Wir schauen uns erst nachher, stellen mir die Analysten den Vorfell aus dieser Saison vor. Ich habe das Spiel gegen Lille gesehen und im Spiel gegen Lille habe ich im Verhalten keine Unterschiede erkannt. Sie haben aus dem 4-2-3-1 gespielt. Sie haben weitgehend mit eingerückten Flügeln gespielt. Sie haben im Spielaufbau immer wieder mal auf eine Dreierkette zurückgegriffen, wo sich Max Arnold in die Halbposition fallen lässt. Alles Verhaltensweisen, die wir auch schon so angewandt haben. Sie haben gegen den Ball aus dem 4-4-2 agiert. Sie haben mit den Außenverteidigern dann hochgeschoben und die Innenverteidiger haben dahinter durchgesichert. Also ich habe eigentlich vieles erkannt, was mir, deswegen habe ich gesagt, ich denke schon, dass ich weiß, wie sie spielen und habe jetzt keine Riesenunterschiede erkannt. Aber wie gesagt, ich habe auch nur dieses eine Spiel gesehen und das war es mit Sicherheit auch nicht ihre beste Leistung in dieser Saison. Ich habe gegen Leipzig das Spiel ein bisschen gesehen. Da fand ich, dass sie sehr, sehr gut gespielt haben, sehr, sehr gut verteidigt haben. Und sie bauen ja auch auf einer sehr, sehr soliden Defensive auf, erst ein Gegentor. Und das wird schwierig sein zu knacken, weil sie hier schon sehr, sehr gefestigte Abläufe haben. Roland Palmat. Herr Glasner, Sie sagten eben, dass die defensiven Abläufe immer sicherer oder stabiler würden. Wie erklären sich dann die erste Viertelstunde, wo es, wenn wir ehrlich sagen, von Minute 1 an hinten mehrmals gebrannt hat? War das der Überschwang der Europa-Euphorie oder die Umstellung? Nein, 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 nein. Sie nicht, wir haben gleich einen Corner gehabt, haben wir gut gespielt, aber natürlich, was wir aus dem Corner gemacht haben, war fahrlässig. Wir haben uns eine Variante überlegt und spielen, aber dann, und die ging halt in dem Moment nicht, weil halt ein Spieler genau im Passweg steht und wir spielen sie trotzdem und dann laufen wir in einem Konter, also nach unserer eigenen Ecke. Da würde ich jetzt mal die defensiven Abläufe nicht schuld, würde ich da keine Schuld geben. Und wenn man sich dann halt ansieht, das Gegentor wieder mal ein langer Ball, aus dem Freistoß ein langer Ball, den zweiten Ball verlieren wir das Kopfballduell und dann verlagert der Gegner und dann machen wir es einfach nicht gut. Und da sind wir in dieser Situation und wir haben heute noch keine Videoanalyse mit den Spielern gemacht, weil, wie gesagt, ich glaube, dass die jetzt nach ein paar Stunden Schlaf auch noch nicht so aufnahmefähig sind, das werden wir morgen machen. Und dann machen wir genau das, was du nicht tun sollst. Eigentlich wollen wir dann mit dem gespielten Ball raus attackieren. Wir warten, bis der Spieler den Ball hat und laufen dann nach. Und das habe ich auch denen schon oft gesagt, das ist so wie im Tennis. Dann bist du nicht am Netz und du bist nicht an der Grundlinie und dann machst du keinen Punkt. und dann beginnen wir zu laufen und dann ist es eine Folge, dass wir immer, du bist zu spät, du bist zu spät, du bist zu spät und dann kommt der Gegner zu Situationen. Und dieses Timing hat in den ersten 10, 15 Minuten nicht gestimmt. Jetzt kann man auch sagen, vielleicht ein bisschen fehlender Mut, weil du musst dich halt darauf verlassen können, dass ich da, wenn ich da rausschieße, dass mir mein Mitspieler den Rücken sichert. Das habe ich gerade bei Wolfsburg gesagt, okay, der Siebener schiebt raus und wird schon hinten gesichert. Und da haben wir immer noch vielleicht nicht so diese hundertprozentige Überzeugung, dass wir das tun können im Training. Ja, wenn das in Sequenzen ist, machen es die Spieler schon sehr, sehr gut und wir haben es dann auch zweite Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Bis zu der 90. Minute. Da machen wir genau in der Situation nämlich das wieder nicht. Und sonst haben wir, wenn er Batsche war, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, zweimal überhaupt nur in unserem Strafraum. Also da rede ich noch gar nicht von Abschlüssen. Und da müssen wir schon auch viel sehr, sehr richtig machen, weil das ist jetzt keine Laufkundschaft, die du mal so, mir nichts, dir nicht aus dem Stadion schießt. Und deswegen sehe ich hier, dass wir über weite Strecken das schon sehr, sehr ordentlich machen, aber immer wieder Situationen haben, wo uns diese Überzeugung fehlt, diese Konsequenz fehlt, vielleicht auch ein bisschen das Erkennen dieser Situation. Und dann ist es eben so, dass wir, so wie wir dann spielen wollen, der Schuss schnell nach hinten geht, weil dann ist eben so zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Und dann hat der Gegner, der Qualität hat, und jede Mannschaft in der Bundesliga, in der Europoliga hat Qualität, das dann auch in der Lage ist, auszunutzen. Aber wenn du, wie gesagt, dann 70 Minuten lang Fenerbahce sehr, sehr weit aus deinem Strafraum hältst, dann musst du so defensiv schon auch viel richtig machen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach auch. Peppe Schmidt. Ich habe das mal kurz angedeutet eben, Wolfsburg hat genau zwei Tage länger Ruhephasen. Ihr könnt im Grunde ja gerne trainieren, morgen werdet ihr wahrscheinlich schon reisen wieder. Spielt das schon eine Rolle in so einem frühen Zeitpunkt der Saison? Oder ist das jetzt noch nicht so wild, wie vielleicht Ende November oder im Dezember? Also wir reisen erst Sonntagfrüh. Wir bleiben morgen noch hier und das Spiel ist erst um halb acht am Abend. Wir fliegen dann Sonntagvormittag nach Wolfsburg. Das reicht. Dann haben wir noch den ganzen Nachmittag dort. Und ja, natürlich, zwei Tage ist schon ein bisschen was, was die Vorteile haben. Auf der anderen Seite will ich mich damit gar nicht beschäftigen. Ich will jetzt nicht schon vor dem Spiel eine Ausrede für irgendetwas haben. Wenn ein Spieler immer noch müde ist und nicht in der Lage ist, hier hundert Prozent abzurufen, dann haben wir viele andere Spieler, die dafür in der Lage sind. Wir haben einen großen Kader. Also von dem her werden am Sonntag maximal 16 Spieler eingesetzt, die sicherlich alle topfit sind und in der Lage sind, dass wir dort auch gewinnen. Christopher Michel, dann Roland Palmat. Herr Klaasner, wenn man letztes Jahr guckt, Wolfsburg und Frankfurt, die auf Platz vier und fünf waren, haben vor allem auch gelebt von einer sehr stabilen Achse in Ihrer jeweiligen Mannschaft, wo man einfach das Gefühl hatte, man guckt und hatte so einen Kern, auf den man immer wieder zurückgreifen konnte und der auch in engen Spielen so ein Spiel entscheiden konnte. Haben Sie schon das Gefühl, dass jetzt nach dem Umbruch sich so eine Art Erfolgsachse bei Ihnen in der Mannschaft bildet, wo Sie einfach sagen, ja, das ist so eine Achse, die kann auch in dieser Saison eine tragende Rolle spielen? Ja, ja, das ist noch ein Ächschen, ich weiß nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt, aber ja, wir sind dabei, aber eben um sich so, dass sich so eine Achse bildet, bedarf es mal, dass du über einen längeren Zeitraum kontinuierlich auch mit dieser Achse spielen kannst. Sebastian Rohde ist sicherlich auch noch ein wichtiger Kandidat als Kapitän für die Achse, hoffen wir, dass er dann nach der nächsten Länderspielpause wieder zur Verfügung steht. Aber ja, ich denke, wir sind dabei, dass ich die, wenn man hier, und ich erinnere mich sehr, sehr gut noch, auch letztes Jahr an das Spiel in Wolfsburg gegen die Eintracht, wo wir dann auch in der, ich glaube, am 89. mit Wolfsburg das 2 zu 1 geschossen haben und damals hatte, weil ich habe mit Adi vorher darüber gesprochen, ich glaube, Wolfsburg, wir hatten sieben Unentschieden und die Eintracht hatte sieben Unentschieden. Und dann ist es immer so, sind das jetzt sieben sieglose Spiele oder sieben ungeschlagene Spiele? Das entscheidet immer das Spiel danach, ob du es gewinnst oder nicht. Und dann haben wir mit Wolfsburg 2 zu 1 gewonnen, das heißt, Wolfsburg hatte jetzt, wir waren plötzlich acht Spiele ungeschlagen und die Helden und Frankfurt war acht Spiele sieglos und war Drama. Und am Ende des Tages der Unterschied war ein Tor in der 89. Minute. Deswegen bin ich da eigentlich schon sehr relaxed, weil ihr lacht ja selber drüber, wie das dann die Bewertung beeinflusst. Das ist ja eigentlich grotesk. Und deswegen ist es auch ganz wichtig für uns Trainer, für uns im Trainerteam, dass wir dieses groteske Spiel eben nicht mitmachen, sondern uns hier sachlich mit dem Fußball beschäftigen. So handhaben wir es auch und deswegen wird es sicherlich ein spannendes Spiel, eine harte Nuss, ganz klar, Wolfsburg spielt. Diese Mannschaft ist jetzt im dritten Jahr fast unverändert. Sie konnten alle ihre Leistungsträger halten, übrigens außer Gladbach die einzige Mannschaft, glaube ich, der Top 8, die das konnten. Also Bayern hat Spieler verloren aus der ersten Elf, Leipzig hat Spieler verloren, Dortmund hat Spieler verloren, Leverkusen hat Spieler verloren, Frankfurt hat Spieler verloren. Und wenn ich richtig mir das mal angeschaut habe, außer Wolfsburg und Gladbach hat keiner, hat jede Mannschaft Spieler aus der ersten Elf verloren und sie konnten nochmal richtig oder sie haben nochmal richtig investiert. Deswegen ist für mich Wolfsburg ein absoluter Kandidat für die Champions League Plätze wieder, eben aufgrund auch ihrer Kontinuität im Kader. Da hat sich schon eine Achse rausgebildet, weil die länger zusammen spielen. und wir sind jetzt da wieder dabei, diese Achse und zuvor war die wahrscheinlich noch hier mit Kevin, mit David Abraham, mit Sebastian Rode, mit David Silva, ja dann sind schon mal drei von dieser Achse nicht mehr hier momentan oder nicht einsatzfähig. Und jetzt bilden wir das neu. Die Spieler ziehen super mit, kann das immer nur wiederholen, weil das ist meine Wahrnehmung, ist auch was mir ganz wichtig ist, worauf wir sehr, sehr viel Wert legen. und ja, und dann wird alles andere wird jetzt, wird passieren über die nächsten Wochen. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Roland Palmert. Zu Kontinuität gehört ja auch im Grunde, wie Sie aufstellen. Haben Sie gestern, das frage ich nochmal so nachhakend, das Gefühl, dass diese Mannschaft jetzt auch mit dem, sagen wir mal, dann doch irgendwo positiven Ausgang, dass man das Ergebnis über die Zeit gebracht hat. Haben Sie das Gefühl, dass die jetzt so zusammenwachsen können oder bleibt es dabei, wie bisher, dass sie doch immer nochmal auf zwei, drei Positionen was Neues versuchen? Ja, das ist ein Begriff nicht gefallen, die Mannschaft, die das über die Zeit gebracht hat. Also ich glaube, wir hatten, wir haben das Gefühl, hatte man noch nie, dass wir hier auf dem 1-1-Halten gespielt haben, sondern wir wollten diesen Sieg auch teilweise gezwungen worden, jetzt wieder auch in der Viererkette dann was zu verändern, weil wir halt eine Verletzung hatten. Jetzt könnte es wieder sein, wenn Martin nicht spielen kann, müssen wir, ob ich jetzt das für gut halte oder nicht. Wir mussten nach der Länderspielpause mit Rafa Bohre, ob ich es jetzt für gut halte oder nicht, wir mussten ihm einfach halt eine Pause geben mit den Strapazen, die er hier hatte, um einfach keine Verletzungen zu riskieren und deswegen ist es ja nicht immer so, was ich mir wünsche. Natürlich wünsche ich mir alle Spieler fit, wünsche ich mir, dass wir hier mal auch über längere Zeit haben, sich Spieler, Formationen finden können, einspielen können, aber ich muss halt dann danach entscheiden, wie es aussieht, in welchem Zustand die Spieler sind, ob sie fit sind, auch was passt gut zusammen, da sind wir gerade dabei herauszufinden. ich bin jetzt, ich finde, dass Daichi nach der Länderspielpause jetzt oder nach Ende der Transferzeit zwei sehr, sehr gute Spiele gemacht hat für uns gegen Stuttgart und auch gestern auf dieser Zehner-Position, die sicherlich für ihn auch prädestiniert ist. Ja, und jetzt müssen wir halt für uns finden auch, wenn du so einen Spieler hast, der auf der Zehn super funktioniert, Sam Lemmers, Rafa Bohrer sind dann zwei, die am liebsten vorne spielen, auch vielleicht mit zwei Spitzen, ja, jetzt dann noch zwei Spitzen und Zehner dahinter, ja, Philipp Kostic ist einer, der sehr, sehr gerne über den linken Flügel kommt, so, ja, was suchen wir jetzt, was kreieren wir jetzt, damit jeder Spieler, und das ist mir immer wichtig, die Spieler dort einzusetzen, wo sie ihre größten Stärken haben, ja, wenn es möglich ist, und deswegen habe ich auch mal gesagt, für mich ist Evan ein Dieken in den Verteidiger, weil er dort seine Stärken am besten zur Geltung bringen kann, natürlich, die beste Position wäre linker Innenverteidiger als Linksfuß, und diese kleinen Kompromisse, die müssen wir halt gehen, und da sind wir da gerade auch noch am justieren, wer passt auch am besten zusammen, wer harmoniert mit wem am besten, auf welcher Position, vielleicht auch welches System können wir hier ein bisschen adaptieren, und, ja, das schauen wir uns eigentlich tagtäglich an. Benjamin. Herr Glaser, ich habe mal eine Nachfrage zu Danny Da Costa, der hatte gestern ziemlich gute Zweikampfwerte, war, glaube ich, sogar der beste Zweikämpfer der Mannschaft, im Passspiel hat er aber Defizite offenbart, der hat sich ja einiges vorgenommen, der hatte ja eine schwierige Zeit hier in Frankfurt, ist dann nach Mainz gegangen, hat da Selbstvertrauen getankt, wollte wieder angreifen, und hat jetzt auch so einen durchwachsenen Start hingelegt. Können Sie vielleicht mal sagen, was Sie sich von ihm wünschen, was Sie von ihm erwarten und was er vielleicht auch braucht, um auch wieder so ein stabiler Bundesligaspieler zu werden? Ja, mit Danny wünsche ich mir genau das Gleiche und erwarte ich das Gleiche wie bei jedem anderen Spieler, dass er seine Stärken, die er hat, für die Mannschaft bestmöglich einsetzt und dass er dann die Aufgaben, die taktischen, die er mitbekommt, dann versucht oder bestmöglich umsetzt. Ich erwarte nicht, dass Danny da Costa vier Spieler mit drei Übersteiger ausspielt und dann auch jedes Spiel zwei Tore erzielt. Ich erwarte Danny Stärke, er hat eine fantastische Physis, deswegen hat er auch so gute Zweikampfwerte, er ist schnell, er kann die Linie rauf und runter laufen, er kann dann auch gute Bälle in den Strafraum schlagen und das muss nicht immer eine Flanke sein, er hat der zweite Halbzeit dann auch zwei sehr, sehr gute Aktionen, einmal wo er dann im Spielaufbau sich gut positioniert mit der Ballannahme über den gegnerischen Flügel drüber kommt und dann einfach anzieht und die Linie runterläuft und wir haben Eckball und nochmal wo er sich gut einschaltet und dann halt seinen Pass hinter die Abwehr, der dann sehr, sehr gut verteidigt wird. Also das erwarte ich von Danny, dass er seine Stärken einbringt in die Mannschaft und dass er dann halt, dass er fußballerisch einfach ganz, ganz sauber, einfach spielt, die Lösungen oder die Lösungsoptionen, die wir ihm mitgeben, dann halt bestmöglich umsetzt und natürlich hat er ja dann auch den einen oder anderen Abspielfehler zu viel, hat jetzt auch nicht unbedingt diesen Matchrhythmus in den letzten Wochen, das habe ich auch gesagt, deswegen kann ich auch da mal über den einen oder anderen Fehler drüber schauen, aber klar ist, dass er hier sicherlich auch noch, so wie wir alle, auch ein bisschen Luft nach oben hat in seinem, im Entscheidungsfindung, ja, wann spiele ich die Linie entlang, wann spiele ich ins Zentrum und wann heißt es auch mal abzukappen und den sicheren Ball entweder nach hinten oder über die Sechs zu spielen. Mehr Optionen hast du ja eh nicht als Außenverteidiger, weil auf der rechten Seite hast du die Linie als Gegenspieler, also von dem her einfach spielen und seine Stärken in den Dienst der Mannschaft stellen, aber so, das erwarte ich eigentlich von jedem Spieler, dass er seine Stärken zugunsten der Mannschaft einsetzt. Ingo Durstewitz von der Frankfurter Rundschau. Herr Klaassen, Sie haben vorhin VfL Wolfsburg gelobt, nur ein Gegentor, auch Ihre Mannschaft nur drei Gegentore zuletzt. Gestern haben Sie gesagt, kaum ein Konter zugelassen. Geht denn diese neue defensive Stabilität, mal ganz plakativ gefragt, auf Kosten der Durchschlagskraft in der Offensive? Könnte man meinen, ja, weil wir wenig Tore schießen. Auf der anderen Seite spielen wir ja sogar mit einem Offensivspieler mehr. Also ich habe das, ich sage, mit meiner ersten Trainerstation habe ich im 4-4-2 begonnen und wir haben die Defensive überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und dann sage ich jetzt, sehr plakativ, habe ich eine Spitze oder den Zehner rausgenommen und habe ihn hinten reingestellt in die Dreierkette und dann war es ein 3-4-3. Und das ist meiner Meinung nach der Unterschied zwischen 4-4-2 und 3-4-3, dass du eigentlich den Zehner rausnimmst und hinten reinstellst und dafür schiebst du halt die Außenverteidiger ein bisschen hoch. Ganz banal gesagt, also spielen wir eigentlich offensiver wie sonst. und ich habe mir auch schon etliche Szenen angesehen aus dem gestrigen Spiel, bin der Meinung, dass wir sehr häufig gut und aussichtsreich ins Angriffsdrittel kommen. Und da machen wir zu wenig draus. Und da haben wir dann zu wenig oder zu einfache Fehler, die uns immer wieder dann nachlaufen lassen. Dann haben wir, wir haben gestern das Tor dann super erzielt, wo wir Philipp gut einsetzen. Wir haben noch eine fantastische Szene, wo wir Dejci, der dann knapp im Absatz sind, genau diese Schnittstellenpässe. Wir haben aber auch noch 4, 5, 6 Situationen, wo wir falsche Entscheidungen treffen. Erste Halbzeit, wo Christian Jakic nicht auf Philipp Kostic spielt, sondern auf Dejci. Ich habe mit ihm schon gesprochen. Er ärgert sich auch drüber heute, weil Philipp hat zu ihm so gesagt, so quasi, da hättest du mir ein Tor auflegen können, also im Flachs. Dann ist Rafa Bore erste Halbzeit, zweimal super in die Schnittstelle gelaufen und wir übersehen den Moment des Abspiels. Da werden wir jedes Mal allein vom Torwart und dann würden wir jetzt sagen, wow, kreieren wir viele Chancen. Aber natürlich so und völlig zu Recht steht jetzt dann, da fehlt ein bisschen was vorne und es fehlt auch ein bisschen was. Aber für mich ist in der Analyse relativ klar, was fehlt. Wir kommen in Richtung gefährlicher Zone gut und dann, und das denke ich, das ist dann vielleicht auch dem geschuldet, dass wir uns jetzt, dass wir auch so in dieser Formation noch nie zusammen gespielt haben, dass wir wenig gemeinsam trainiert haben. Ist sicherlich auch ein bisschen was dran, dass wir jetzt nicht gerade sechs Siege am Stück gefeiert haben. Dann geht halt alles so ein bisschen von selber. Das hat man ja auch hier miterlebt, in der Phase, wo von zehn Spielen neun gewonnen wurden. Da hat alles funktioniert. Keiner denkt nach. Alles läuft. Und am Ende war es wieder genau umgekehrt. Da hat man auch alles probiert und plötzlich lief alles, was vorher super war, ging nicht mehr. Da waren die gleichen Spieler am Platz. Und, und, und. Es hat sich nur außenrum ein bisschen was verändert. Und all das führt halt dann dazu, dass ein paar Prozente fehlen, um diese Spiele zu gewinnen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, und der stellen wir uns zu 100 Prozent, und die nehmen wir auch zu 100 Prozent an, diese paar Prozentpunkte jetzt wieder rauszukitzeln, für uns herauszuholen, um eben dann diese Spiele wieder zu unseren Gunsten zu kippen. Und klar ist auch das, und das sieht man auch an jedem Bundesligaspieltag, dass fast alle Spiele sehr, sehr eng sind. Dass dann am Ende, wer verwertet seine Torchancen, geht dann immer wieder auch um Effizienz. Und das ist eben unsere Aufgabe, dass wir uns das holen, gepaart mit natürlich, wie ich sage, dass wir weiter unsere defensiven Abläufe automatisieren, stabilisieren, Vertrauen fördern in unseren Maßnahmen. Wir müssen sich darauf verlassen können, wenn ich das mache, dass mein Mitspieler das macht, in Ballbesitz genau das Gleiche, wenn der entgegenkommt, dass der andere tief geht. Hier sehe ich schon, in das, was wir von den Spielern einfordern, ich weiß jetzt nicht, ihr kennt das länger, zumindest ich in der Analyse von VfL als Wolfsburg-Trainer, habe nie gesehen, dass der Aichi Kamada so viele tiefe Laufwege hat, wie er die momentan anbietet. Da hat er schon viel aufgenommen und deswegen ist er auch immer bei ganz, ganz vielen Aktionen mit dabei. Und dann hat er eben die Qualität, wie auch, wo er das vermeintliche zweite Tor aufgelegt hat, dann diese Bälle zu spielen. Und da sehe ich einfach, dass die Spieler gewillt sind, das umzusetzen. Aber es klappt halt noch nicht, nicht immer perfekt. Hat sich erledigt. Okay, gibt es noch Fragen eurerseits an Oliver Glasner, Ingo Durstewitz? Ich habe tatsächlich noch eine, ich weiß gar nicht, ob Sie die beantworten können, aber weil Sie jetzt gerade von Kamada gesprochen haben, der hat ja auch häufiger letzte Saison auf so einer Doppelzehn gespielt, mit dem Armin Younes zusammen, das ist nämlich das Stichwort. Gibt es da einen neuen Stand? Wissen Sie da irgendwas? Nee, leider kann ich, schade, dass ich die letzte Frage nicht beantworten kann. Nee, kein neuer Stand. Gibt es da noch eine weitere? Mit uns, nee. Gut, dann sagen wir Danke und freuen uns auf unser Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am kommenden Sonntag um 19.30 Uhr live auf der Zone und im Radiokommentar auf Eintracht.fm. Dankeschön. Danke. Danke. Vielen Dank.